Ich lerne Deutsch. Nummer 355 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Endlich können wir uns dieses Haus leisten. Wir haben es gestern gekauft. Endlich können wir uns dieses Haus leisten. Wir haben es gestern gekauft. Wir müssen das System irgendwie überlisten. Sie sind verhaftet. Ich belehre Sie jetzt über Ihre Rechte. Sie sind verhaftet. Ich belehre Sie jetzt über Ihre Rechte. Ohne Brille kann ich die kleine Schrift nicht lesen. Ohne Brille kann ich die kleine Schrift nicht lesen. Jetzt zeige ich dir, wie man eine Vase aus Ton macht. Jetzt zeige ich dir, wie man eine Vase aus Ton macht. Das Lernen hat sich gelohnt. Ich habe mein Examen bestanden. Das Lernen hat sich gelohnt. Ich habe mein Examen bestanden. Das Lernen hat sich gelohnt. Ich habe mein Examen bestanden. Die Fabrik wurde schon vor Jahren verlassen. Nur der Schornstein erinnert noch an Sie. Hier kommen testweise kleine Päckchen mit einem Lieferroboter. Hier kommen testweise kleine Päckchen mit einem Lieferroboter. Hier kommen testweise kleine Päckchen mit einem Lieferroboter. Ich habe nur einen Hund bekommen, weil ich versprochen habe, jeden Tag mit ihm spazieren zu gehen. Ich bin müde. Ich will jetzt keine langen Diskussionen mit dir. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir machen heute die letzten Vorbereitungen für eure Prüfungen. Wir machen heute die letzten Vorbereitungen für eure Prüfungen. Gummistiefel, eine Gießkanne mit Gartenwerkzeug und ein Eimer mit Blumen stehen für die Arbeit im Garten bereit. Gummistiefel, eine Gießkanne mit Gartenwerkzeug und ein Eimer mit Blumen stehen für die Arbeit im Garten bereit. Gummistiefel, eine Gummistiefel, eine Gummistiefel, eine Gießkanne mit Gartenwerkzeug und ein Eimer mit Blumen stehen für die Arbeit im Garten bereit. Mit diesen Wäscheklammern kannst du deine Verbundenheit zur Ukraine demonstrieren. Mit diesen Wäscheklammern kannst du deine Verbundenheit zur Ukraine demonstrieren. Vorsicht beim Überqueren der Schienen. Es könnte eine Straßenbahn kommen. Vorsicht beim Überqueren der Schienen. Es könnte eine Straßenbahn kommen. Der Kurier übergibt dem Empfänger das Paket persönlich an der Haustür. Der Kurier übergibt dem Empfänger das Paket persönlich an der Haustür. Ich verbringe meinen Urlaub mit meiner Schwester bei Sonnenschein am Strand. An Zebrastreifen kannst du eine Straße immer sicher überqueren. Alles ist für Halloween vorbereitet. Meine Mutter hat ein Hexenkostüm genäht. Alles ist für Halloween vorbereitet. Meine Mutter hat ein Hexenkostüm genäht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist für ein Hexenkostüm genäht. Das ist für ein Hexenkostüm genäht. Das ist für ein Hexenkostüm.